Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Mit Fototapeten gelingt die perfekte Illusion an der Wand. Paradiesische Strand, moderne Design-Tapeten, ein Highlight für jedes Zimmer. Die passende Wohnung zur Tapete gibt es garantiert bei der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Knobi, Knobi, unser Geist Vital. Knobi Vital, basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Es hat tatsächlich was gebraucht und ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Knobi Vital. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 7. Mai. Wie gewohnt starten wir unsere Sendung mit Nachrichten vom Tage. Der Kunstbus sollte in diesem Jahr durch den Norden des Landkreises Bautzen fahren. Doch auch dessen Planung wurde von der Corona-Krise durchkreuzt, wie meine Kollegin Vanessa Ulbricht zu berichten weiß. Wie so vieles kann in diesem Jahr auch der Kunstbus nicht an den Start gehen. Eigentlich sollte er am 4. und 5. Juli durch den Norden des Landkreises Bautzen rollen. Geplante Stationen waren unter anderem die Kulturkirche in der Gartenstadt Lauter, die Grabatmühle in Schwarzkolm sowie das Zuse Computermuseum und die Kulturfabrik Hoyerswerda. Das Highlight sollte jedoch die Eröffnung der Energiefabrik Knappenrode werden. Wir haben uns schweren Herzens für eine Verschiebung des Kunstbus entschieden, erklärt OWE Nimrichter, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kunstinitiative im Friese. Die Nordtour soll nunmehr 2021 stattfinden. Am Standort Bautzen der Sächsischen Polizeihochschule läuft derzeit der Neubau der Pforte auf Hochtouren. Es handelt sich dabei um den ersten von zahlreichen bis 2024 geplanten Bauabschnitten. Bis dahin soll das Aus- und Weiterbildungsinstitut der Sächsischen Polizei baulich und technisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Bereits im Spätherbst 2018 waren nicht mehr benötigte Gebäude abgerissen worden. Im Mai 2019 erfolgte dann der erste Spatenstich. Mittlerweile sind knapp 9 Millionen Euro für das Großprojekt vom Sächsischen Landtag bewilligt worden. Insgesamt werden mehr als 100 Millionen Euro benötigt. Als nächstes soll eine neue Mensa errichtet werden. Außerdem entstehen auf dem Areal neue Unterkunftsgebäude, Trainingsräume sowie Sportanlagen. Auch der Hörsaal soll modernisiert werden. In der Nacht zu Freitag kommt es zu Fahrplanabweichungen im Streckennetz der Mitteldeutschen Regiobahn. Betroffen davon sind die Linie RB 33 Dresden-Königsbrück und die Linie RB 34 Dresden-Karmens. Bei Abfahrten der Linie RB 33 von Königsbrück um 22.54 Uhr sowie von Dresden-Neustadt um 23.58 Uhr müssen an allen Zughaltepunkten im gesamten Streckenverlauf die Ankunfts- und Abfahrtszeiten nach hinten verlegt werden. Hintergrund der Fahrplanänderungen sind Bauarbeiten, teilt die Mitteldeutsche Regiobahn mit. Gleiches gilt auf der Strecke zwischen Dresden und Kamens für die Abfahrten um 23.43 Uhr von Dresden Hauptbahnhof sowie morgen früh um 3.36 Uhr von Kamens. Fahrgäste werden gebeten, sich über die relevanten Abweichungen und Änderungen durch die Aushangtafeln an den Bahnhöfen oder am Internet unter mitteldeutsche-regiobahn.de zu informieren. Im Sorbischen Museum Bautzen kann ab sofort die Sonderschau Ostern bei den Sorben besichtigt werden. Wie die Einrichtung dazu mitteilt, wartet auf die Besucher eine Präsentation zum regionalen Brauchtum von einst und heute. Als Besonderheit werden der Kreuzweg und weitere Gemälde des Künstlers Mario Oshika gezeigt. Zu sehen sind ebenfalls die Preisträger-Kollektionen des diesjährigen Wettbewerbs um das schönste sorbische Osterei. Es können Besucher angemeldet werden, dies mindert Wartezeiten und Gruppenansammlungen, heißt es aus dem Haus. Weiterführende Informationen erhalten Interessierte auf den Internetseiten des Museums. Der touristische Informationspunkt am Stadthafen Senftenberg öffnet ab Samstag wieder regelmäßig an den Wochenenden. Im Mai allerdings verkürzt von Freitag bis Sonntag sowie Himmelfahrt von 13 bis 17 Uhr. Zusätzlich ist er am 18., 19. und 25. Mai von 10 bis 14 Uhr geöffnet, teilt der Tourismusverband Lausitzer Seenland mit. Zu Pfingsten macht zusätzlich auch das Hafenbüro von 10 bis 18 Uhr auf. Ab dem 15. Mai bis voraussichtlich Ende des Monats bleibt die Touristeninformation in der Innenstadt wegen des Umzugs geschlossen. Nach fünfmonatiger Umbauzeit kann die modernisierte Einrichtung am Senftenberger Marktplatz wieder bezogen werden. Die Neueröffnung folgt im Juni, so der Verband weiter. Wie fast alle Museen in Sachsen ist auch das Zuse Computermuseum in Hoyerswerda stark von der Corona-Pandemie betroffen. Seit Montag dürfen die Museen im Freistaat nun wieder öffnen. Wir haben uns auf die Spur des Computererfinders begeben. Hallo liebe Zuschauer, durch die neue Corona-Schutzverordnung dürfen die Museen in Sachsen wieder öffnen. Grund genug für uns, mal ins Zuse Computermuseum Hoyerswerda zu schauen. Wir sprechen mit Leiterin Andrea Brittmann über die aktuelle Situation und das kommende 25-jährige Jubiläum. Doch zuallererst für alle Zuschauer, die das Museum nicht kennen, was kann man denn hier alles sehen und erleben? Hier erleben kann man die Entwicklungsgeschichte des Computers. Also, wie hat sich unsere Welt mit und durch den Computer verändert, die Gesellschaft verändert, aber natürlich auch ein Schwerpunkt auf der Technik. Wie hat sich die Technik verändert, was gab es für neue Entwicklungen und was konnte damit wirtschaftlich oder wissenschaftlich geschaffen werden. Also, dass man zum Beispiel mit dem Computer auf den Mond fliegen konnte, das wäre so ein Highlight, was man hier erfahren kann. Und das machen wir auch nicht nur von der technischen Seite, sondern wir haben das Dreieck, Technik natürlich, die Gesellschaft, aber auch gut, Zuse war ein Künstler und deswegen auch die Kunst mit dabei. Und somit haben wir unseren Protagonisten, Konrad Zuse, sehr gut abgebildet, die man natürlich hier auch kennenlernen wird und erleben wird. Wie haben Sie die Zeit der Schließung genutzt? Die haben wir sehr vielfältig genutzt. Endlich konnten wir mal unsere Schreibtische aufräumen. Nein, unter anderem natürlich, aber wir haben ein neues pädagogisches Programm auf die Beine gestellt. Wir konnten unsere Sammlung mal in Ruhe sichten, aufarbeiten, dokumentieren und inventarisieren. Und dann planen wir dieses Jahr noch zwei Sonderausstellungen und dafür haben wir auch sehr intensiv recherchiert, Quellen gesammelt, Bildmaterial und Objekte gesammelt. Was für Vorkehrungen wurden getroffen, um das Museum jetzt wieder zu öffnen? Da gab es zum Glück von der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen eine Handreichung, an die wir uns genau gehalten haben. Und man muss sagen, durch unsere Räume haben wir eine sehr gute Voraussetzung. Also wir brauchten nichts baulich verändern, sodass wir in den großen Räumen einfach der Abstand von 1,50 Meter bewahrt ist. Also auf unseren 1000 Quadratmeter können gut 35, 40 Menschen Besucher rein, ohne dass die sich ins Gehege kommen oder zu nahe kommen. Wir haben das Leitsystem ist bereits vorhanden, was auch in der Grundführung ist. Also eigentlich dürften sich die Besucher nichts begegnen, wenn sie wieder das Gebäude verlassen. Wir haben das Ganze noch mit kleinen gelben Pfeilen untermalt, dass man wirklich auch nicht vom Weg abkommen kann wie das Rotkäppchen. Und wir haben hier elektrische Türen, dass man nichts anfassen muss. Was wir aber natürlich auch machen mussten, ist bewusst durch die Ausstellung gehen und gucken, was könnte der Besucher anfassen, wo könnte er sich infizieren. Und das haben wir natürlich rausgenommen oder ausgeschalten. Also wichtig ist uns natürlich der Schutz der Besucher und der Mitarbeiter. Die haben eine Dienstanweisung bekommen, wie sie sich verhalten haben. Auch die Aufsichten, die sich sonst immer im Hintergrund halten, weil der Besucher natürlich nicht mag. Wenn man ihm beim Lesen über die Schulter guckt, sind jetzt die Wachhündchen, die hinterherlaufen sozusagen, um alles, was nochmal angefasst wurde, gleich zu putzen. Weil wir zwar viel weggeräumt haben und auch zur Seite gestellt, aber wie zum Beispiel unsere Taktkurbel, das ist ein Plastikgriff. Das kann man trotzdem noch benutzen und die wird sofort nach einer Benutzung gereinigt, wie das im Supermarkt mit den Einkaufswagen ist. So, dass wir denken, natürlich auch Spuckschutz und Plakate auf Hinweis, Hinweis mit Abstand und Mundschutzmasken. Aber so haben wir, ich denke, alles gut erfüllt, dass man in Ruhe und gesund das Museum mit Spaß trotzdem besuchen kann. Und wir haben natürlich auch geguckt, wie kalt können wir den Museumsbesuch trotzdem zum Erlebnis machen. Auch wenn wir jetzt nur noch ein Museum zum Lesen und nicht mehr so zum Anfassen sind, wie wir es eigentlich vorher waren. Und da haben wir evaluiert, was ist bereits schon da, was kann man noch ein bisschen ausbauen. Und kann ich empfehlen, unsere Museumsrallye ist ein kleines Heftchen beim Service zu erwerben. Da kann man mit kleinen Aufgaben durch das Museum wandern und erfüllen. Und auch ganz interaktiv ist unsere Audio-Guide, unsere App Hörzuse. Die kann man sich schon zu Hause dann kostenlos runterladen im App Store, aber natürlich auch bei uns im freien WLAN. Und dann kann man per Schnitzeljagd das Museum entdecken und mit verschiedenen QR-Codes im ganzen Raum diese scannen und kleine Aufgaben lösen. Und dann kommt man wieder zum nächsten interessanten Themengebiet. Können sich die Besucher auf etwas Neues freuen? Natürlich sind wir da auch immer dran, die entspannten Themen weiter aufzuarbeiten und zu bieten. Und zwar sind jetzt, man sieht schon leicht im Hintergrund, der Raum Memory ist neu. Daneben wird jetzt noch der Raum In- und Output geschaffen. Also wie arbeitet ein Computer, wie kommuniziert ein Computer mit dem Menschen und innerhalb der Maschine. Das wird jetzt gerade noch in der Produktion, das ist ein EU-Projekt mit einer deutsch-tschechischen Schulklasse. Auch wenn es gerade auf Eis liegt, werden, also die Kommunikation mit den Schülern, aber wird der Raum intensiv weiter eingebaut, dass wenn die Schüler wieder ins Museum dürfen, sie dann auch den Raum erleben können, den sie selber produziert und sich erdacht haben. Also im Galeriebereich gibt es mal einen Wandel, da wird es eine neue Hängung geben und es wird noch zwei neue Sonderausstellungen dieses Jahr geben. Darauf können sich die Besucher freuen. Nun ist ja in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum. Wie sehen denn die Vorbereitungen dazu aus? Die Vorbereitungen sehen so aus, dass wir in voller Hoffnung sind, das trotzdem feiern zu dürfen. Also wir planen, wir bereiten alles vor, wir nehmen Verhandlungen auf. Natürlich immer mit einem Plan A und einem Plan B, mit sozusagen vielen Besuchern und wenig Besuchern, aber wir hoffen, dass wir es doch im September trotzdem durchführen können. Was ist denn am Jubiläumswochenende alles geplant? Da sind drei große Höhepunkte geplant. Einmal wird es die vier Wochen vorher die Ausstellung 25 Jahre Computermuseum geben, wo es darum geht, zu zeigen, wie sich das Computermuseum in Heuerswerda etabliert hat, wie unser rühriger Förderverein das aufgebaut und weiter gesammelt hat, so dass wir das jetzt zeigen können und das sind, was wir jetzt sind sozusagen. Und da gibt es am Freitag eine Vinnissage, also eine kleine Feier, wo die Ausstellung zu Ende geht. Am Samstag soll es ein großes Vortragskolloquium geben, ein Forschungskolloquium für Interessierte, aber auch für die Heuerswerda, wo es um Geschichten rund um den Computer geht, wo es darum geht, auch von was erwartet man von einem modernen Museum, aber wo es darum auch geht, welche Chancen hat die Lausitz mit dem Thema Digital und Computer, auch nach dem Braunkohleausstieg, so das sind so große Hauptthemen, die wir da vermitteln möchten. Und am Sonntag soll es ein Familienfest alle Welt ins Museum geben, wo wir für große und klein von Computerspiel-Contest bis doch Art Bastelstraße und Schmöker-Ecke bis auch interaktive Stationen mit dem lebenden Museumskoffer hier geben sollen. Was steht in diesem Jahr sonst nach alles auf dem Programm? Unsere zwei großen Sander-Ausstellungen, einmal zu 25 Jahre Konrad Zuse, aber wir haben ja auch das Jahr der Industriekultur und da möchten wir mit unterstützen und sind ja in einem Industriemuseum und da wird es ja nochmal zu dem Thema der Computer und die DDR sehr interessante Themen und Objekte dann im November hier geben. Dann vielen Dank für das Interview und viel Erfolg für das Museum. Wir sind an Heimatgeschichten interessiert. Gibt es in Ihrem Ort wichtige Ereignisse oder Persönlichkeiten, die in unseren historischen Kalenderblättern unbedingt erwähnt werden sollten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info-at-lausitzwelle.de Wir haben jetzt noch einmal Neuigkeiten vom Tag sowie die aktuellen Neuerungen zur Corona-Krise in der Lausitz. Danach machen wir eine kurze Pause und anschließend blicken wir in den Polizeibericht aus Ostsachsen. Telefonbetrüger hatten am Dienstag keine Chance. Mehr dazu gleich. Ab Montag ist die Landkreisverwaltung Bautzen wieder für den Besucherverkehr geöffnet. Dies gilt für alle Ämter und Verwaltungsstandorte, heißt es dazu in einer Mitteilung des Landratsamtes. Ein Besuch ist allerdings nur nach vorheriger Absprache möglich. Die Terminvereinbarung kann telefonisch, per E-Mail oder mit einer Online-Anmeldung beim zuständigen Amt erfolgen. Damit soll vermieden werden, dass es zu größeren Ansammlungen von Besuchern kommt und sich Warteschlangen bilden. In den Gebäuden muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, heißt es dazu aus Bautzen weiter. Weitere Informationen sind im Internet unter landkreis-bautzen.de zu finden. Die historische Wassermühle im Panschwitz-Kuckauer-Ortsteil Schweinerden wird zurzeit umfassend saniert. Dabei handelt es sich laut Regionalmanagement um eines der Vorzeigeprojekte in der Liederregion Oberlausitzer Heide und Teichlandschaften. Die Mühle wurde um 1660 als Vorwerk des Klosters St. Marienstern errichtet und soll künftig als Wohnhaus dienen. Seit Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts hatte das historisch bedeutsame Gemäuer leergestanden und war immer mehr verfallen. Eine in Dresden lebende Familie erbte das Grundstück und entschied sich dafür, künftig hier leben zu wollen. Ab kommendem Montag öffnet der Kleiderfundus Bischofswerda wieder für Besucher. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor. In einem Notbetrieb werden die Öffnungszeiten soweit aufrechterhalten, dass die Ausleihe vorerst an zwei Terminen in der Woche möglich ist. Geöffnet ist dann Montag von 17 bis 18.30 Uhr und Freitag von 10 bis 12 Uhr. Kinobuchungen finden allerdings nach wie vor nicht statt, heißt es in der Mitteilung weiter. Ob die sogenannten Mitternachtsspitzen 2020 stattfinden können, ist derzeit ebenfalls offen. Ende des vergangenen Jahres hatte der Kleiderfundus Verein angekündigt, das Konzept der beliebten Abendstadtführung ändern zu wollen. Weitere Informationen sind auf der Homepage unter kleiderfundus.com zu finden. Der Begriff Warteschlange bekommt in diesen Tagen eine zusätzliche Bedeutung. Nicht mehr nur Menschenansammlungen vor Fleischereien oder Baumärkten sind damit gemeint. Vielmehr gibt es jetzt auch Warteschlangen an Wegesrenten, beispielsweise am Auritzerweg im Bautzener Osten. Dabei handelt es sich um einander gereihte, fantasievoll und bunt bemalte Steine. Sie sollen das Warten auf das Ende der Corona-Krise erleichtern. Die Initiatoren rufen jeden dazu auf, die Schlange mit eigenen Kreationen zu bereichern. Dazu genügt ein wenig handelsübliche Wasserfarbe, die mit Klarlack fixiert wird. Zum Redaktionsschluss heute, 18 Uhr, war folgender Stand bei den Corona-Infektionen in Ostsachsen und Südbrandenburg zu verzeichnen. Im Landkreis Bautzen sind insgesamt 383 Infizierte und damit neun weitere Neuerkrankungen seit gestern gemeldet. Von den Infizierten sind bereits 292 Personen wieder genesen. Derzeit sind im Landkreis somit 78 Personen nachweislich am Coronavirus erkrankt. Im Landkreis Görlitz gelten von den bisher 268 Infizierten aktuell 182 als geheilt. Im Kreis Oberspreewald-Lausitz ist kein Krankheitsfall neu aufgetreten. Aktuell wurden hier 43 Menschen infiziert, von denen bereits 35 wieder genesen sind. Im Landkreis Spree-Neiße ist ebenfalls kein weiterer Fall der Neuinfektion gemeldet worden. Hier haben sich bislang insgesamt 63 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 51 der Erkrankten sind allerdings schon wieder gesund. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt das an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonnard Rose. Willkommen zurück. Wir blicken jetzt, wie versprochen, in den Polizeibericht. Danach schauen wir auf ein geschichtliches Ereignis aus der Region und dann erfahren Sie die Wetteraussichten. Am Dienstag ist es in Görlitz und Bad Muskau Telefonbetrügern aufgrund von misstrauischen Bürgern nicht gelungen, Beute zu machen. Am Vormittag erhielt ein 73-Jähriger an der Jauernecker Straße in Görlitz einen Anruf von einem Unbekannten mit ausländischem Akzent. Er gab sich als Mitarbeiter einer Berliner Security-Firma aus und teilte dem Senior mit, er habe 40.000 Euro gewonnen. Wenig später rief ein anderer Mann an, er forderte sein Opfer dazu auf, Google-Play-Karten im Wert von 500 Euro zu erwerben. Das hat er nicht gemacht. An der August-Bibel-Straße in Bad Muskau haben Betrüger einer 78-Jährigen mitgeteilt, sie habe 3.500 Euro gewonnen. Allerdings sollte auch sie, bevor sie ihren Gewinn erhielt, Gutscheinkarten im Wert von 900 Euro besorgen. Die Dame ging auch in einen entsprechenden Einkaufsmarkt, doch dort griff eine aufmerksame Mitarbeiterin ein, warnte die Seniorin und verhinderte so Schlimmeres. Am Dienstagabend hat es an der Bautzener Straße in Weißwasser einen Polizeieinsatz gegeben. Die Beamten trafen in einer Wohnung fünf Personen an. Neben der Missachtung der Schutzverordnung verstießen die auch gegen das Betäubungsmittelgesetz, denn sie waren dabei, Cannabis zu konsumieren. Teilweise schon derart berauscht, dass sie auch vor den Augen der Polizisten weitermachten. Die stoppten das Treiben. In der Nacht dann trafen die Beamten in der Hegel-Promenade erneut auf die jungen Männer aus der Wohnung. Auch hier gab es Anzeigen und die offenbar Unbelehrbaren wurden nach Hause geschickt. Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen ist es am Dienstag Nachmittag in Bautzen gekommen. Ein 41-Jähriger wollte mit seinem Golf von der Edison-Straße nach links in ein Grundstück einbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Toyota. Bei der Kollision wurde der Toyota-Fahrer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden betrug etwa 1000 Euro. Am Dienstagabend hat sich eine Anruferin aus Rheinland-Pfalz bei der Polizei gemeldet und einen Einbruch in ihr Wohnhaus in Löbau angezeigt. Die Nachbarin der Geschädigten hatte eine eingeschlagene Scheibe am Haus an der Laucherstraße entdeckt und die Besitzerin informiert. Sie war längere Zeit nicht mehr hier. Beamte entdeckten dann neben der zerstörten Scheibe weiteren Sachschaden an dem Gebäude. Der Diebstahlschaden konnte noch gar nicht beziffert werden. Eine Streife hat am Dienstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle auf der Albert-Schweizer-Straße in Hoyerswerda einen Gesuchten erwischt. Den Beamten fiel der 41-Jährige mit seinem Fiat zunächst ins Auge, weil die Kennzeichen des Wagens bereits entstempelt waren. Die Kontrolle des Fahrers ergab dann, dass er einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Görlitz offen hatte. Wegen einer nicht gezahlten Geldbuße war ein Tag erzwingungshaft angeordnet. Der Mann bezahlte den ausstehenden Betrag und konnte so seinen Gefängnisaufenthalt abwenden. Die Weiterfahrt mit dem nicht zugelassenen Pkw wurde aber untersagt. Das Lausitzwelle Kalenderblatt Am 7. Mai 1975 wurde Yekaterina Ponomajowa zur Ehrenbürgerin in Hoyerswerda ernannt. Zwei Jahre zuvor war die damals 86-Jährige aus der Stadt Zero im Ural auf dem Bahnhof in Hoyerswerda angekommen. In der Hand hielt sie einen Zettel, auf dem in deutscher Sprache stand, dass sie das Grab ihres Sohnes Piotr Ivanović Ponomajow sucht. Dieser war kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges im April 1945 bei den Kämpfen um die Stadt gefallen. Yekaterina Ponomajowa hatte bereits während der Interventionskriege 1919 ihren Mann verloren, ihre beiden Söhne allein erzogen und diese während des Zweiten Weltkrieges nun ebenfalls verloren. Ihr sehnlichster Wunsch war es deshalb noch einmal zu Lebzeiten, das Grab ihres jüngsten Sohnes zu besuchen. Wenige Tage vor dem 28. Todestag ihres Sohnes stand sie an seiner letzten Ruhestätte im Ehrenhain von Hoyerswerda. Beim Abschied nahm sie eine Handvoll Erde als Andenken mit in ihre Heimat. Das Lausitzwelle Kalenderblatt Sternenklar wird es in dieser Nacht sein, deshalb gehen die Tiefstwerte wieder bis auf 5 Grad in den Keller. Am Freitag wieder mehr Sonne, bei Höchstwerten schon bis 21 Grad. Der Samstag wird mit bis zu 24 Grad angenehm warm, dabei gibt es viel Sonne und nur wenig Wolken. Am Sonntag ziehen dann wieder etwas mehr Wolken auf und es wird langsam etwas kühler. 22 Grad maximal soll es am Sonntag warm werden. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Das gesamte Team wünscht Ihnen jetzt einen angenehmen Abend. Wir sind dann morgen wieder ab 18 Uhr für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Das war die Drehscheibe.